so hallo und herzlich willkommen weiter geht es hier bei minecraft feed the beast sky factory im letzten part haben wir damit verbracht da hinten die produktion ein bisschen zu erhöhen von unsere setzlinge ähm wie heißt das ganze essence da bekommen wir jetzt ein bisschen obsidian und dirt essence noch mit außerdem hat man ja schon draconium hat sie jetzt verschnallert und ich habe mir gedacht was gibt es weil die hier bei feed the bd beim beim sky factory immer als am wichtigsten und so buch das mal ausfüllen müssen in fest liefst du sie wenn man schon lang macht die jose guck und fest liefst du keine stringer und mars mars sind ja auch schon hier ja 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 kann man machen will ich ja 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 immer eine wasserkanne nö haben wir nicht wo ist er denn ich gebe dir nur eine erledigt cow in a jar haben wir nicht yap yap ¡Ja! haben wir gemacht das haben wir richtig gut gemacht Eisensetzlinge haben wir nicht Diamonds Uses Hollywood Dagger to obtain a Mbutchunk haben wir auch nicht haben wir gemacht haben wir Supreme kann man machen. Yep. Hammer, Hammer. Das gibt's ja gar nicht mehr. With a hammer, driving beneath to the end, kill the dragon, Hammer. Oh? Elytra. Ist das nicht das Zeug, was ich gerade versuch zu bekommen? Ähm, Dragon Egg. Halt, falsches Dragon Egg. Schau kann nur Elytra, was ist das? Ach, das sind die komischen Flügel. Äh. Äh, haben wir nicht, haben wir nicht. Hammer. 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 Atomal, creation, opening and compression. Nee. Hammer. 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 Hammer automatisiert. Hammer. Hammer. Hammer noch nicht, aber können wir machen. Okay. Okay. Das kann man auf jeden Fall schon mal abhaken, weil ich, ich mach die ja nicht über, über Solar Array, sondern über, äh ich mach die über Solar Array und nicht über Reactor Mod. Builder Solar Array Tier 1, ähm, Tier 1 Multiple Structures. Okay, das müssen wir mal machen. Level up a Tinker Stool or Weapon. Wir haben mal gemacht. Nee, haben wir nicht. Crafter heißt hier Unbreakable Builders Wand. Ja, haben wir. Hammer. Ja. Unser Schwarz. Äh, ich glaub. Na, 75. Okay, haben wir nicht. Äh, Blood Alter. Nee, da haben wir noch gar nix gemacht in der Richtung. Botania haben wir auch nicht. Gaia, keine Ahnung. Draconic Helm. Chestlight Legged Boots. Pickaxe, Ex-Shovel. Staff of Power, ne. Ne Draconic Hole. Nee. Doble Verschwendung. Hammer. Nein, nein, nein. Nein. Das ist ja das hier. Resurrect one of the dragons. Fill a Draconic Battery. Sag nicht wer ist Level. Create a Draconic Level Fusion Crafter. Nein. Hm. Hm. Okay, Major. I'm going to drive to get to stay at least 10 minutes. Nö. Nee. Insanity. Haha. Jetzt wirds witzig. Das kann man machen. Create near infinity, crit Poe, when extra utilities dragging Eggmill. Okay. Nein, der Terrain Scanner in den Jungs reduziert 1 Million. Auf einmal oder? Ich glaube schon. Das haben wir schon. Bei Auffarmen ist ein Octetic Capacitor, der automatisiert 20 verschiedene Crops. Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir auch nicht. Aber so sieht es gerade aus. Da wird ein bisschen was abgearbeitet. Aber passt jetzt eigentlich mal so. RF-Tools brauche ich das wirklich hier. Als nächstes würde ich jetzt eher nach Draconic Evolution gucken, dass wir da einen größeren Reaktor bauen können. Aber tut sich nichts. Doch, jetzt. Ähm... Nö, Energy Storage. Da haben wir es doch. Äh, Energy Pylon. Nein. Jetzt. Da brauchen wir neun Stück von denen. Ähm... Nö. Okay, da ist. Ah, die wollen... Echt? Wir sollen nur ein Tier 6 bauen? Was habe ich denn da oben? Ich glaube kein Tier 6. Ich glaube ich hab... Nee, ich hab ein Tier 4. Ich brauche nämlich 36 Energy Cost Stabilizer. Äh... ...drake... 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 ...drake ich noch... ...mache ich mir mal einen Stack da davon. Machen wir nebenher das mal so. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Müssen wir das auch leer haben. Äh, 4 habe ich oben. Ähm, dann brauche ich... 8 jedes mal 8 so weg damit, weil die müssen wir jetzt noch upgraden können wir die schon mal oben hinbauen ich will halt eigentlich gleich der größte machen 786 Draconian Blocks oh, Moment wir machen Tier 7 ähm 328 Redstone Blöcke 300 schon mal 128 äh, 128 92 machen wir es von Hand sind 256 was ist denn das? 300 irgendwas und dann machen wir noch ein bissle Reserve das habe ich noch nicht automatisiert Blöcke craften so, wie viel brauchen wir? 210 1 2 1,5 ficken wir schon mal alles hier ab das sind jetzt 105 ok, ein Drittelhammer dann brauche ich noch eine bessere Energieversorgung heißt mehr Solarpanels beziehungsweise es gibt ja hier noch ein anderes Solarpanel das wir machen sollen schluck auf äh, wir haben das hier nämlich so, gibt es da irgendwie eine Anleitung äh, Tier 4 äh, das ist eine Lightning Rod das brauchen wir nicht Solarpanel Controller oi, da braucht man ja die sogar und Vibrant Blöcke und ein Tier 3 und ein Tier 2 und ein Tier 1 und eine Solarzelle das ist glaube ich nicht das Problem jetzt erstmal gucken wie man das dann aufbaut und weil hier gibt es auch noch so einen Drill und der kann abhängig von denen hier ne ok jetzt hier mal 2 Stacks 2, 3 Stacks von dem Zeug äh abhängig von den Dingern hier kann der äh dann farmen so FC Misch aus Raps dann der ist der auf Furnace viel Spaß Clear Class Environmental Tech Environmental Tech ich hoffe dass das oben so ankommt komm dachte ich flieg äh Glass ja das kommt rein und wird auch so gespeichert gut gut Nano Bot Beacon Controller ok keine Ahnung ich muss mich eigentlich erst mal in das Ding hier reinlesen was das alles kann Stonehammer Digital Guide haben wir das? nehmen kein Buch und wir haben kein Basalt Alabaster 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 und dass ich das nur so bekomme Basalt und den kriege ich auch noch so und den kriege ich so ok dann machen wir uns mal das Teil hier kann kann man schon mal gucken Harden Stone ok das müssen wir wahrscheinlich benutzen oh wir haben keinen Stein mit also mal ein Stein ach komm da werde ich wahrscheinlich einen Haufen brauchen ach gucken wir mal in die Anleitung rein hey wir haben hier ein Lightlinger ein Solar Era ein Void or Miner ein Void Resource Miner Nano Bot Beacon Lons Aslons Delight Mika und Wirt Gen ähm ok das ist ja nicht so schlimm ok Pass Strike Pass Strike wie kriege ich dazu dass da der Blitz einschlägt 32 Millil ist ja nicht schlecht aber Solar Era ist ja nicht so schlimm sondern ok oh das ist ja gar nichts Space 525 das ist ja gar nichts wie viel macht mein Solar Ding Part Duration ok Void or Miner ah ok der der eine der hier der meint nur Ohr und der meint alles müssen wahrscheinlich zwei von den Dinger machen wo war es No 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 ok ok No 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 what ich weiß jetzt etwas Nika a la Virgin ok keine Ahnung habt ihr mal noch nie damit gespielt jetzt gucke ich gerade mal wie viel meine Solar Arrays machen aber die machen doch schon Schweine Energie Generating 8000 ok ist das noch ein Stück besser naja müssen wir dann halt mal gucken wir brauchen dann halt die Solarzelle äh woher musst du denn jetzt hin da so dann brauchen wir Tier 4 das war Solar da dann brauchen wir den hier äh Tier Blöcke äh kein dann machen wir nee ich brauche ich brauche Blöcke das heißt so das könnte eine Weile dauern ja Maschinen Use ja passt schon da der brutzelt gerade einen Haufen Stein durch ein stone Structure braucht glaube ich zumindest ähm irgendwie so dann so und dann haben wir den schon mal haben wir den schon mal ready to assemble ok was gibt es denn eigentlich für Achievements hier stinknormales Minecraft Trial Ghast Trial Ghast Get the Ender Dragon haben wir zwar schon ein paar mal gemacht aber egal Where is the beginning Where is the beginning The End Where is the beginning Ehh Ehh egal Extra Utilities Lumen ok Stack Speed Mining Remote Indexer Indexer äh Indexer Howard Stone Die Mühlen Magical Wood Magical Bomberang Lasso Villager Contract ok da müssen wir nur gucken Botania habe ich noch gar nichts gemacht Giant Cubes geht weg Basic Iron Backpacks kann man auch noch machen Roots kenne ich mich überhaupt nicht aus Actualy Additions da könnte man auch noch loslegen Sneaky ok Computers nö haben wir auch noch nix gemacht Environ Undertake da wollen wir ja jetzt losgehen Das müssen wir erst mal bauen Ich lasse das aber aus Ich bin ein kleines Vierer Resist Mines faster Increase your damage breathe under water see in the dark Autofeding ok Speed it up ok keine Ahnung Immersive Engineering oh da können wir auch mal wieder reingucken Da müsste ich eigentlich ein bissl was getan haben ja RF Tools lasse ich jetzt mal aus Simple Generators und dann ist ein Motorrad ja diese Folge halt mal wieder ein bissl zu viel gelesen aber ist jetzt auch nicht so schlimm Mensch oder 1.900 so zack und schon wieder 53 dazu oder was bekommen wir demnächst die große Batterie da oben hin wie groß wie voll ist denn eigentlich unsere aktuelle ja knallvoll vielleicht sollte ich das ganze Draconic auch nicht verbrauchen weil wir wollen ja hier noch die Updates draufsetzen ich glaube das haben wir aufgeben weil mir ein bissl Draconium gequält hat aber das bekommen wir jetzt auch so so ich schau grad mal nochmal nach Essenz also wir haben jetzt einen Haufen Obsidian und Dirt haben wir gar kein Problem mehr damit und deshalb sind wir jetzt auch schon wieder bei Arsch 3 Stacks geht doch so genau also so schau uns Processing das ist das ist was nehme ich überhaupt die Lens die Lens brauche ich um die bloß zum Bau so halt ne White or Miner und Dimensional Shards Preferred White Lens bei White Lens haben wir 7,4%ige Chance dass wir das rausbekommen sind eigentlich gar nicht so schlecht Black Lens haben wir Kohle White Lens Iron White Lens Nether Awe Red Syon mir egal Copper Yellowstone Purple Leadbox Seed Bran Hier Lurium mit Grün Blakonium mit Purple haben wir aber schon und Uiuiui da kriegt man richtig viel Gruscht raus ok das ist Clay oder ja Horn Clay in sämtlichen Farmen die es gibt ok wir müssen mal gucken was wir da wirklich davon brauchen so ich wollte nur überall Basic drauf bekommen so wir haben hier aktuell Attack Damage Basic das machen wir jetzt mal hoch nein Use von dem das haben wir schon wir brauchen Netherstone wir brauchen Draconic Core und wir brauchen Emeralds und wir brauchen Wivorn wir haben einmal Wivorn wir brauchen Draconic zwei Stück wir brauchen wir brauchen wir brauchen das muss Mark Schwinde bissel laufen da gleich schlechtes zu handeln mit ja und Emeralds 5160, 6160, 6260, 63 Das war es schon wieder So, wir brauchen dann aber auch noch das hier Legen wir einfach mal los Ich will halt jetzt mal den Damage voll hochziehen Nur zum gucken, wie viel das dann macht Äh, start 90, dann haben wir das nämlich schon Dann gucke ich gleich nochmal, was die next bessere ist Awakened, haben wir hier schon was drin? Nö, dann lassen wir das aber auch Da haben wir Draw Speed, ist Draconic Oh, das haben wir schon volle Kanne, okay Das ist Ich weiß jetzt die Basic Können wir das auch noch ein bisschen hochsetzen Ähm, zwei hiervon, ein, hiervon, zwei, hiervon, zwei, hiervon Ich passe die Upgrade Machen wir die Mark schon drauf Halt Mal gespannt, wie viel der dann frisst Die Tasche kann da nix drin anfangen Von 384 auf 512 Millionen, okay Eigentlich hätte ich sie nur überall auf die Rüstung setzen sollen, aber egal Ich glaube von denen brauche ich nur zehn Stück Viel Spaß Nein, das nehme ich auch gleich Viel Spaß beim Aufladen Ähm, das können wir wieder wegnehmen So, das kann jetzt vollgemacht werden, aber das ist jetzt auf Wilbern Kann man noch höher machen, aber brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt Was hat das gerade? Charge Armor und halt Items, okay Äh, wenn ich jetzt hier reinlaufe, müsste das sich auffüllen, genau Langsam aber sicher Ich muss jetzt noch ein bisschen Autocrafting einrichten Ähm, einmal nehmen wir Dann Das haben wir ja, halt, das haben wir ja schon Okay Ja, okay, dann machen wir halt ein bisschen was direkt So, dann haben wir das nämlich auch Äh, ja So, dann kann ich jetzt mal gucken, wie viel Triconic Black ich mir machen kann Dann haben wir schon wieder das Zambi kommen Wir wollen Die Conner sind schon fertig Briconic Äh, uns fehlt Nein, wir kriegen nicht mal einen halben Stack zurem Ja, also 20 Ist ja nicht so schlimm Ich kann ja jetzt den Zambi mal geschwind ein bisschen laufen lassen Und dann haben wir das bis zur nächsten Folge zusammen Ich hab 200, ne 360 haben wir Und, also die Hälfte haben wir Von dem her passt das schon Das Ding braucht ein bisschen viel Energie So wie es aussieht Ähm, doch in die Truhe rein Bis wir in der nächsten Folge Dann alles, was wir mal haben Auf erste oder zweite Stufe raufbringen Ah stimmt Da haben wir uns ja Äpfelklopf gefehlt Für die erste Stufe Und ich hab wieviel Genau 6 Äpfel Hilft uns da auch noch nicht Müssen wir auch nochmal schauen Okay Genau, da haben wir nur Die Shield Capacity ist da Auf Basic Die müssen wir alle auf Draconic bringen Äh, Draconic bringen Sonst kann man nicht Mal dran denken Die Chaotic Dragon anzugreifen Das wird auch witzig Äh, wenn wir da drauf gehen sollten Ist alles weg Was wir da grad haben Vibrant wird auch noch hergestellt Okay, das dauert jetzt alles Noch ein bissle Aber das können wir jetzt einfach mal Laufen lassen Okay Essenza Musik 400 schon wieder Na, dann lassen wir das jetzt Erstmal so laufen Und dann schauen wir In der nächsten Folge mal nochmal danach Von Da haben wir eigentlich Jetzt auch nochmal Ne, nächste Aufgabe Erledigt Ähm Dicke Speed Multiplier Können wir da jetzt noch einstellen Ne, das war nicht das Das war Nein, das war nicht das Das war das Profile 2 Machen wir mal auf Abbau Abbau Bauen Dicke Speed Multiplier 50% Man Das langsam ist Dicke 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 Stimmt, da haben wir ja, haben wir da letztes Mal im Deep Dark, äh, im Beneath ein bisschen rumgespielt, ja, kann sein. Okay, ne, dann lassen wir das einfach jetzt mal so laufen. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder, da können wir dann nochmal weitermachen. Ich hoffe, ja, ich muss irgendwie gucken, dass hier noch ein bisschen mehr an Äpfel kommen. Für die erste Level brauche ich immer zwei Äpfel, ja, okay. Okay, müssen wir gucken, wie wir das machen mit Äpfel. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal dann. Und, tschüss.